Oder ein Datscher, irgendwas Großes halt. Ich hol's ran. Na, da flieg ich schon hin. In der Garage ist bestimmt auch was. Na gut, dann bleib ich hier. Wenn du dahin fliegst. Ne, in der Garage ist nix. Ja, hier in der Garage ist aber was. Achso, du fliegst dahin. Ich dachte, du fliegst mit dem Datscher aufm freien Feld. Ach, das ist doch verflucht, dieses Spiel. Wieso? Ja, jetzt das erste, was ich finde. Was denkst du, was es ist? Die Runde, das erste, was ich finde. Soll ich dir erzählen, was ich zweites gefunden habe? Soll ich sagen, erste Wertförder. Asset Rifle Silencer. Dann sind wir jetzt in der Goldgegend abgesprungen. Aber wir dürfen direkt fahren, weil wir müssen rüber in die Militärbasis. Ich bin fertig theoretisch in meiner Zone. Ähm, in meinem Haus. Ich auch. Ich hab nur leider keine Waffe. Ich kann dir zumindest eine Schrotflinte abgeben. Ich hab nur einen Pegel gefunden. Was sagt ihr? Ja, ich hätte sonst oben den Radio Tower gelootet. Oben auf dem Berg. Aber du kannst auch auf den Hafen gehen, ja. Äh, ich würde dann Tobi erst mal die Schrotflinte abgeben. Nice Drive, Steffen. Ich hab das Fahrzeug... Hier. Achso. Ne, du hast doch ne Waffe. Du hast doch ne OMP. Hast du nicht gesagt, du hast keine Waffe? Ne, OMP hab ich. Ja, die hab ich gerade eben noch gefunden. Wo wir gefahren sind. Wir haben noch ne Minute 30, um hier im Hafen ein bisschen was wegzuloten. Ja, die können halt auch schon... Leute nutzen rein. Ja, ja. Eieiei. Ich glaub Steffen haut mich gleich. Ne, das war ich. Achso, du haust mich gleich. Okay. Ich hab gerade ein 4er und ein 2er Backpack weggelootet. Aber lass mal zusammen bleiben, Steffen. Lauf nicht nach... Lauf nicht nach... Ja, ja. Komm, lass Steffen hinterher laufen. Er kommt nicht zurück. Wie doch, ich komm. Aber hier ist noch nicht gelootet. Ja, ist ja richtig. Logisch, wir haben wieder ein 4er Scope auch noch und alles. Du bist oben drauf, okay. Dann kann ich unten... Hier ist noch ein 2er Backpack. Eben, hier. Ich seh noch ein 8-fach. Muss nur gucken, nicht drauf kommen. Suppressor SMG nehm ich mal mit, gell? Wenn du ne SMG hast. Andern von uns hat doch ne UMP, klar. Ich hab UMP, ja. Ah, ich hab noch Suppressor AR. Ne, dann haben wir ja zwei schallgedämpfte Sturmgewehre jetzt. Ist doch gut und drei 8-fach Scopes. Ja? Ich hab hier noch eins. Wir haben da schon ganz schallgedämpft jetzt wirklich alles zerbersten. Auf große Entfernung vor allen Dingen. Ja. Dann sollte man vielleicht doch hoch zum Radio-Tauer. Ja. Hinter uns Süd-Osten, Süd-Osten irgendwo. Aber oben noch Wasser wahrscheinlich. Ja, das ergibt nun keinen Sinn, warum man da hinten rumballert. Oder wir haben sie wieder irgendwie umgangen mit irgendwelcher Zauberei. Ja, sie sind bestimmt, äh, im Wasser. Ja, im Wasser kann man ja nicht schießen. Komm mal lieber hier. Komm mal rein. Tobi? Ja, ich muss grad Schmerzmittel nehmen. So. Habt ihr einen Plan, wohin wir fahren? Da noch ran, oder? Fahr jetzt raus und dann fahren nach links. Da steht ein Jeep oben. Ne. Raus und nach links. Nochmal links. Ja. Ja. Wir sind doch vorhin vorbeigefahren, kurz bevor wir uns überschlagen haben. Ach so. Hier rechts, sorry, ich hab hinten rechts gerade. Die Dreier-Rucksack-Gang, oder was? Ja. Und fast auch die Dreier-Helm-Gang. Flugzeug von Osten. Cannot leave the vehicle. Ja, ich kann ein paar Mal, weil es wird so kurz bleiben. Ich kann ein Zweier-Scope noch abgeben, oder ein Vierer-Scope, was du lieber ist. Jetzt ist die Militär-Basis. Ja, muss ich mir doch, oder? Ich würde jetzt nicht hier zwischen den Bergen und Dingens rumfahren. Ich würde ihn bloß rüberfahren und dann ist er wieder raus. Das ist übrigens kein Drop bis jetzt. Ne. Wir können den auch hier stehen lassen, den Chief und uns auf den Hügel hier schlagen. Bei den Hallen. Mit den 8-Bass-Korfen der Militär-Basis rein. Wir müssen nicht den Drops irgendwo hoch bekämpfen. Na gut. So, wir müssen einen Vierer haben. Ähm. Ich packe erstmal die zwei Waffen auseinander. Ja, nehme ich. Hier ist... Dings IS. Äh, brauche ich nicht. AR-Compensator brauche ich nicht. Ich habe einen Cylons. Kompensator AR. Ja. Ich würde noch... Suppressor. Achso, die Ammo. Ja, ich bring Ammo. Ammo. Brauche einer. Ich droppe 762. Ja, da brauche ich. Äh, ich auch. Ich habe jetzt 2x30 gedroppt. Von der... Ups. Aber du hast auch eine SKS, oder? Ich habe eine SK. Hier, brauchst du das erweiterte Magazin? Ich habe... Ne, ich habe eine K. Was? Eine K? K98, ja. Alter. Die hätte ich auch gern. Kann ich alles haben, Steffen. Ja, ich weiß. Heizu höre ich noch einer in den Griff übrig. Ne, sowas habe ich auch gar nicht. Ich bräuchte auch für meine M4 eigentlich noch Sachen, aber... Scheiß drauf. Hier fühle ich mich komplett unwohl. Ja, dann lass woanders hingehen. Äh, 210. Leute, Südwesten. Woher? Warte. Ich sehe sie noch nicht. Einer, oder? Ich sehe nur einen laufen. Läuft nach... äh, hinter den Bäumen dort. 210 sehe ich gar nichts. Ist es 240 inzwischen? Ja. Läuft einfach übers Feld. Ist jetzt wieder hinterm Baum. Ja, kann man jetzt schlecht sehen. Es ist 240. Schlösser aus der Military Base. Ah, da läuft noch ein zweiter hinter dem her, ja? Ja, jetzt schon. Na, die laufen noch weiter. Ja, einen habe ich ausgelockt. Wer schießt denn da laut? Ja, ich? Ja, soll ich nur, weil ich keinen Schall hab, nicht schießen? Ja, beide tot. Haben wir nur einen Haufen Ammo dafür verbraten, für den Quatsch. Ja, die haben aber auch bestimmt. Und wie gesagt, Military Base hat auch geschossen, zumindest einen Schuss. Gab's nicht da. Willst du jetzt aufs offene Feld laufen, Steffen? Gute Idee. Wir können mit dem Jeep fahren, mit dem Buggy. Steffen, fahr mal hin und loote. Wir waren die einzigen, die darauf geschossen haben tatsächlich. Ja, ja. Also zumindest direkte Sicht haben vielleicht weniger welche. Ich bin ja nicht ganz klar, warum die einfach übers offene Feld sprinten. Weil die irgendwo hin wollen. Weil die kein Fahrzeug haben. Wir müssen eh in die Richtung. Ihr guckt, oder? Ich guck auf die Military Base gerade. Direkt mitnehmen, oder was? Alter. Wollen wir alle jetzt da hin, oder was? Da bist du eh da rüber. Stimmt. Dann nochmal kurz anhalten und wenn wir beschossen wären, direkt weiterfahren, ne? Keine Asiataktics mit hinlegen. Hinlegen. Das müssen wir nur wissen, wo es ist, weil... War doch hier irgendwo in einem Hügel, oder nicht? Ich glaube, wir sind schon vorbeigefahren. Glaube ich auch. Da vorne liegt, das hier ist. Ja, bleib ich doch an dem Hügel dran. Hier ist noch 5.56 Amour. Ah, verdammt. Wir dürfen nicht zusammen looten. Das ist immer eine Katastrophe. Zweierscope. Habe ich die jetzt da weggenommen wieder? Ne, ne. Bei mir aus können wir weiter. Ja. Ja, Drop ist links hinten. Wollt ihr den noch holen in der kleinen Zone jetzt? Ich würde vielleicht den abälen. Gehen ja eh da hinten auf dem Hügel, oder? Hier irgendwo. Ja, ja. Ok. Versuchen wir es. Da musst du aufpassen, dass da eigentlich schon einer ist. Es sind 40 Leute noch übrig. Da stehen doch schon welche, oder? Ach ne, das ist der Stein, der so doof in dem doofen Form hat. Sorry. Ich dachte, das wäre ein Auto mit jemandem, der am Stein davor hofft. Aber hier sind die Türen offen, also hier sind auf jeden Fall Leute in der Nähe. Hier oben ist ja auch noch Dingens drauf, ne? Holstchen. Na, lass hier bleiben, komm. Der war nice getarkt. Ich bin leider. Viel weiter kommen da auf mich mit. Hä, wo es der Drop runter ist? Äh, an der Military Base müsste es sein, oder? Gerade so drauf. Auf 60 oder sowas. Wir sind ein ganzes Stück weit weg von uns. Wir sind ein ganzes Stück weit weg von uns. Ich gucke gerade so in Richtung Militärbasis, so dass ich da irgendwo Bewegung sehe, weiß ich auch nichts. Wir sind 36 Leute noch am Leben. Oh, unter uns fährt ein Fahrzeug. 75 wird aus den Häusern hier unten geschossen, glaube ich. Wir sind aufgeteilt, ne? Also du bist gerade... 105 unten. 105, okay. Ich bin auf dem Weg. Siehst du irgendjemanden aus den Häusern schießen? Ich hab schon einen beschossen. Er hört mich ja nicht. Ein Squad, äh, nordöstlich 30. Ist da irgendwie von einem, von einem, äh, Moped runter gedroppt. Ich seh niemanden hier unten. Bei den Hütten hier. Hier, bei diesen Hütten. Die werden gleich hier hochgeforst. Hinter uns 300. Ist auch noch was. Schüsse. Übrigens, die Schüsse hören die sehr wohl. Ja. So, auf 150 Meter hörst du das. Motorrad? Ja. Hier, bei mir. Wir laufen Weg zu euch. Unterhalb von uns. Ihr... Bewegt euch. Oder durch Deckung oder... Wie viel sind's? Okay, alle. Tod. Sind zwei alle tot. Ähm, aber... Ausrichtung von hier. Gelb markiert. Kommen jetzt auch welche. Mhm. Es sind welche... 300. Da unten. Bei den Hütten. Wie gesagt, gelb markiert. Kommen jetzt auch welche. Da fährt ein Dutch, ja. Ein einzelner Typ im Dutch, ja. Fährt dort rum. Ja, ja. Gerade im gelben Haus. Und Richtung... Richtung Nordosten waren noch welche. Und Moped. Moped. Die fighten da unten. Moped und Dutch hier am Haus. Die beim hier oben schon? Ja, ich sag doch. Uiuiui. Aber die... Hier lag schon einer direkt bei mir. Heil dich mal. Ja, loot du mal. War das... Nur einer? Ja, erstmal war da hier direkt nur einer. Aber... What the fuck? Der muss sich hier hochgesneakt haben schon. Ja, unten am Baum kommt jetzt der nächste. Ja, ausgenockt. Der hatte halt wieder nix zum... Der hatte bisschen Heilung. Aber nicht viel. Habt ihr irgendwie einen Booster? Ja. Hier sind zwei... Lass mal nicht so ganz auf einer... Auf einem Fleck stehen. Oh, hier drüben auf dem... Richtung Norden. Die kommen von... Äh... Osten gelaufen. Einen hab ich gesehen. Unterhalb von uns. 75. 75. Unterhalb von uns. 75. Ja genau. Das meine ich Osten. Noch mehr von da unten. Ja, aber... Ja, ich... An dem... An dem Dutch Air. In dem blauen Dutch Air fährt jetzt. Hab einen gekillt dort. Im Dutch Air? Ne. Der eine der da lag. Einer der da lag. Der blaue Dutch Air stirbt jetzt von der Zone. Ne, der kommt. Passt hinter uns auf, ne? Wir müssen jetzt nämlich hier in die andere Richtung. Dann haben wir auch einen Häftigen. Übrigens mal einen Fankiller. Den hab ich nämlich die ganze Zeit nicht genommen. Kannst du mir mal sagen, warum ich ihn überhaupt nicht treffe? Mit dem Baum? Ja, ja. Wir müssen wieder laufen, gah? Ja, und bewegt euch einfach. Oder meint ihr, ihr kriegt den jetzt nochmal easy peasy? Ja, wenn wir nicht beide laufen. Hier ist noch 556, wenn der braucht, ne? Alter, ich treff ihn halt nicht. Mit dieser scheiß SRS. Jetzt ist er tot. Hier unten liegen da... 17 Leute. Norden waren noch Schüsse. Da liegt auch ein Moped. Auf was hast du geschossen? Na ja, da hin. Norden liegt ein Moped. Westen waren auch noch Schüsse. Oh, die sind halt überall Schüsse. Am Ende. Ja. Ich wär beschossen. Norden. Ja. Norden. Na Westen. Oh ne, da kommt ein Fahrzeug. Jetzt fährt er hoch. Schießt du? Westen am Baum. Zwei Leute. Genau westlich von uns. Das Moped wird uns aber auch gefällt. Die sind jetzt nach oben gefahren, oder? Da hinten fährt das Moped. Ja, der eine ist ausgenockt. Der hat einen Baum. Ja. Ich weiß nicht, wo die Mates von ihm sind. Wir müssen aber in die Zone. Wir haben null Deckung. Jungs, die Zone kommt. Ja, nur hier unten ist ein bisschen Deckung mit den Bäumen. Ich bewege mich gerade extra hier ein bisschen woanders hin. Nein, ich bewege mich komplett in die andere. Richtig. Ja, ist doch egal. Wir müssen ja eh noch ein bisschen flankieren vielleicht. Irgendwo im Westen. Ach, auf dem Feld im Westen. Ich seh noch. Ich seh noch. Ich seh noch. Ich seh noch. nicht von wo. Aber ich bin der Meinung von Nordwesten habe ich einen Schuss abgekriegt. Ich habe es auch nicht gehört. Wir müssen komplett in den seine Richtung. Ich weiß. Sollen wir schon los? Ich habe jetzt ein Booster-Item. Ne, ich würde jetzt so außenrum im Kreis bei den Leinen vorbei. Haben wir doch irgendwo ein Fahrzeug? Da unten steht halt ein... Woher hat der Typ hergeschossen? Der gerade die ganze Zeit geballert hat. Lauf dir? Zwei Leute auf dem Feld. Drei. Ich werde von... Keine Ahnung. Ich bin down. Ich müsste einen aufheben. Da ist aber gar keine Deckung, ne? Bei dir. Ich liege hinterm Baum. Aber wenn, dann müsste mich zeitnah einer aufheben. Ja, du musst ihn jetzt aufheben oder gar nicht mehr. Der ganze Spot läuft da. Kann mich noch einer heben? Ansonsten muss ich... Ne, ich glaube nicht. Tatsächlich. Westen, die haben sich aufgehoben. Da hat er mitten im Feld hingelegt. Schieß jetzt auf uns. Was machst du? Ich habe ein Fahrzeug genommen. Ja. Viel Spaß damit. Okay, war gar nicht so dumm. Ah fuck. Ich glaube da das Ding steht schon. Es hat sich noch gedreht. Ah, du lebst noch. Mhm. Ich habe zwei getötet noch. Jetzt ist da vorne das letzte Squad. Es sind nur noch drei übrig. Boah, das ist... Ja. Ja. Okay. Geil. Okay. Ich habe zehn Kills. Ey, die letzten zwei habe ich einfach weg überfahren. Ey, das war natürlich die beste Idee, die du haben konntest, das scheiß Auto zu nehmen. Tut mir leid, dass ich da erstmal gesagt habe, was wüsst du von mir. Ich bin... Das war das Squad, was das Auto da stehen lassen hat. Habe ich genommen und habe von hinten erstmal einen überfahren, dann den auf dem Feld noch einen überfahren und dann den hinten. Und dann war das... Dann war noch ein ganzes Squad weg vom Überfahren. Äh, die wurden nämlich beschossen und konnten deswegen nicht auf dich schießen, wenn du angefahren bist. Das war super. Ja.